Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute habe ich für euch das wohl heißeste Handfunkgerät, das es im Moment gibt, das Quansheng UV-K5. Viele, die es schon getestet haben, sprechen davon, dass das Gerät der Baofeng-Killer ist, denn es ist ähnlich günstig wie die Baofeng-Geräte, liegt aktuell so bei 45 Euro. Es kann mehr als die Baofeng-Geräte und es ist auch noch nicht verboten. Bei Baofeng gab es ja in den letzten Jahren einige Verbote, auch hier in Deutschland. In der Schweiz ist das der Klassiker ja schon seit roundabout 10 Jahren verboten. Sprich, Baofeng ist als Hersteller angezählt und hat einen relativ schlechten Ruf und hier davon könnte Quansheng profitieren. Wir werden das Gerät natürlich auch mal messen und ausführlich uns anschauen. Heute allerdings packen wir zunächst mal aus und ich zeige euch, was im Lieferumfang enthalten ist und was nicht. Packen wir gemeinsam aus. Die Umverpackung hier ist relativ unspektakulär. Hier so ein paar der Highlights stehen drauf, wie zum Beispiel, dass hier Flugfunk unterstützt wird, dass es eine Fast-Copy-One-Channel-Funktion gibt. Nur Wettermeldungen können empfangen werden. Das ist allerdings nur was für die USA. Ganz interessant finde ich Wireless Radio Replication, mit der man ganz einfach per Funk seine Konfiguration auf ein anderes Quansheng rüberkopieren kann. Scrambler gibt es, darf man natürlich hier nicht benutzen. Hier stehen noch so ein paar andere Highlights drauf. Crossband Intercommunication, FM Radio zum Beispiel, DTMF-Unterstützung, CTCS, SDCS und so weiter und so weiter. Wir packen aber jetzt erst einmal aus und ich zeige euch, was hier drin enthalten ist. Ja, zunächst mal haben wir hier eine User Manual Two-Way Radio. Relativ unspektakulär in englischer Sprache. So, roundabout 20 Seiten würde ich sagen. Das Wichtigste steht drin, wird hier erklärt und einiges werde ich euch auch noch in meinem Video zeigen, wie zum Beispiel die Programmierung per Software. Ja, dann haben wir hier das Funkgerät selber. Das ist erstaunlich klein und kompakt, zeige ich euch gleich in der Nahaufnahme. Außerdem ist hier drin ein Akku. Auch den schauen wir uns gleich nochmal in der Nahaufnahme an. Wird dann hier eingesetzt. Ja, und dann geht es weiter. Hier unten drunter haben wir dann noch eine Antenne. Auch die schauen wir uns gleich nochmal genau an. Dann zeige ich euch auch, welcher Anschluss hier dabei ist und dann ist das Funkgerät im Prinzip schon einsatzbereit. Des Weiteren ist hier drin eine Handschlaufe, natürlich ein Gürtelclip, der hier hinten angebracht werden kann und dann haben wir hier noch ein Standlader, der mit dabei ist, inklusive hier einem europäischen Anschluss, sodass ihr das Gerät aufladen könnt. Ihr könnt das aber auch über USB aufladen und das ist eine ganz, ganz interessante, spannende Funktion. Die zeige ich euch jetzt dann auch mal, wenn wir uns das mal im Detail anschauen. Schauen wir uns das Gerät jetzt nochmal in der Nahaufnahme an. So sieht das Ganze aus. Ihr seht hier auf der Front haben wir ein relativ großes Display, deutlich größer und auch mit mehr Informationen drauf, als das zum Beispiel bei Baofeng der Fall ist. Was die Tasten angeht, gibt es hier so ein bisschen weniger. Es gibt eine 10er Tastatur hier unten. Dann nochmal hier vier Tasten für Menü und hier eins auch für die Frequenzwahl. Baofeng hat glaube ich noch so eine AB-Taste oder Memory- und VFO-Modus-Taste noch zusätzlich. Die sind hier nicht dabei, braucht man aber nicht. Das kann man bequem hier über die Tasten hier unten alles lösen. Ja, an der Front haben wir dann hier noch einen großen Lautsprecher, da unten ein kleines Mikrofon, wie man das halt kennt. An der Seite haben wir dann hier die Push-to-Talk-Taste. Dazu noch zwei weitere Tasten. Die können jeweils frei belegt werden. Ihr könnt die also in der Programmiersoftware komplett frei belegen mit mehreren Funktionen. Einmal kurz drücken, einmal lang drücken. Standardmäßig ist hier zum Beispiel ein lang drücken, der 1750 Hertz Ton drauf, das das Gerät natürlich kann. Und kurz drücken ist hier die Rausch-Sperre öffnen. Hier gibt es kurz drücken, eine LED-Taschenlampe, die auch noch mit dabei ist. Und lang drücken ist, wird hier ein Alarm ausgelöst. Auf der anderen Seite seht ihr dann, haben wir hier so verdeckte Anschlüsse. Das kennt man auch vom Baofeng hier. Zum einen haben wir hier diese ganz klassischen Buchsen, 3,5 mm Klinke und 2,5 mm Klinke für das Mikrofon und den Kopfhörer. Da könnt ihr auch die gesamte zusätzliche Hardware, die es auch für Baofeng, Buxan und was weiß ich nicht noch, Anytone zum Beispiel, Geräte dafür gibt, könnt ihr hier natürlich anschließen und nutzen. Eine Besonderheit ist hier unten dieses Symbol, denn dahinter verbirgt sich ein USB Type-C Anschluss. Und das ist eine ganz spannende Sache, denn da können wir ein USB Type-C Kabel reinstecken und den Akku laden. Das bedeutet, wir sind damit wesentlich unabhängiger, können zum Beispiel einfach unterwegs eine Powerbank mitnehmen, Kabel dran und dann anschließen. Man kann das Gerät sogar komplett ohne Akku nur mit USB-Kabel hier mit Strom versorgen und zumindest eingeschränkt nutzen. Ja, auf der Rückseite dann der Akku. Hier ist der Anschluss für den Gürtelclip. Der kann da einfach reingeschoben werden, verhakt sich dann und kann man auch entsprechend genauso wieder lösen. Ich lasse es jetzt hier mal, damit wir es besser filmen können. Hier hinten sind noch die Anschlüsse für den Standlader und das Ganze ist verhakt. Hier unten drunter übrigens, da kann man dann drücken und die Verankerung lösen und so den Akku wieder rausnehmen. Ja, was den Akku selber angeht. Und ihr seht, wir haben hier einen 1600 mAh Akku. Das ist natürlich nicht wirklich fett, 7,2 Volt, aber das Gerät ist relativ stromsparend und der Akku hält verhältnismäßig lange. Man kommt also ganz gut damit klar. Und wie gesagt, selbst wenn man damit mal nicht klarkommen sollte, durch das Aufladen per USB Type-C ist das natürlich mal da relativ flexibel. Ja, auf der Oberseite haben wir dann hier noch den Ein- und Ausschalter und Lautstärkeregler. Außerdem gibt es hier diese Taschenlampen-LED und hier ist noch so eine kleine LED da, die leuchtet auf rot, wenn ihr sendet, grün, wenn ihr was empfandt und blau, wenn das Gerät geladen wird. Ja, außerdem ist hier der Antennenanschluss, wenn wir das Ganze mal runterschrauben. Die Antenne ist natürlich so eine 0815 Antenne und ihr seht, die hat hier so einen, ja, wie sagt man dazu, Reverse-SMA-Anschluss, wie das die ganzen chinesischen Anbieter auch haben. Hier zum Beispiel mal so ein Anytone haben, das 878 oder so, das hat ja genau dasselbe. Das heißt, man kann hier diese ganzen chinesischen Anbieter, da kann man die Antennen im Prinzip tauschen. Bei den Japanern ist es ja genau andersrum, Icom, Jaeso etc., Kenwood, die haben ja genau andersrum einen SMA-Anschluss dann verbaut. Ja, was hier ebenfalls noch ist, das seht ihr hier, da ist so eine kleine Öse und das ist für die mitgelieferte Handschlaufe, das kann man da anbringen. Ja, was einem positiv auffällt, ist die geringe Größe und das geringe Gewicht. Ich lege euch das mal hier gerade nebeneinander, dann könnt ihr das mal sehen, ja, das ist also, liegt sehr angenehm und gut in der Hand. Hier seht ihr es auch nochmal von der Seite, ist relativ klein, relativ leicht, wir legen es aber jetzt auch nochmal auf die Waage. Legen wir das Gerät als erstes mal auf die Waage hier mit Akku und Antenne, kommen wir auf 227 Gramm und das ist relativ leicht. Zum Beispiel mal im Vergleich hier zum Anytone 878, das liegt bei 323 Gramm, also knapp 100 Gramm mehr. Oder hier auch das Icom ID 52, das ist ein richtiger Klopper, ist mit 350 Gramm über 120 Gramm mehr. Ja, was die Größe angeht des Gerätes oder die Maße, haben wir hier zunächst mal eine Breite von knapp 6 Zentimetern. Die Tiefe ohne den Gürtelclip, den habe ich jetzt mal weggelassen, die liegt so bei etwa 3,6 Zentimetern und was die Höhe angeht, so kommen wir mit Antenne auf etwa 27,5 Zentimeter und ohne die Antenne, ja, sind wir hier so bei 11,1,11,2 Zentimeter vielleicht, die wir hier haben. Ja, was wir ansonsten noch mit dabei haben, hier habe ich euch ja schon gezeigt, ihr seht hier nochmal die Anleitung in der Nahaufnahme, relativ unspektakulär. Wie gesagt, in englischer Sprache gibt es aber auch auf der Quansheng Seite zum Download, dann kann man sich das am Bildschirm angucken, ist etwas angenehmer, weil hier ist das doch alles relativ klein. Klein, verlinke ich euch aber wie gesagt unten drunter oder hier der Standlader. Hier ganz angenehm, das Kabel ist direkt ein Netzkabel, was hier mit dran ist, das heißt, man hat nichts gesondert irgendwo rumliegen und kann das, kein Netzteil oder sonst was, sondern kann das dann hier direkt entsprechend so einstecken mit einem entsprechenden Euro-Plug, der hier drin ist. Und für alle, die das interessiert, ihr könnt hier natürlich, wenn ihr einen Ersatzakku habt, das Ganze auch ohne das Funkgerät aufladen. Das steht hier dann ebenfalls sehr stabil. Hier vorne gibt es eine kleine LED, die euch dann anzeigt, den Ladestatus. Ja, aber wie gesagt, ihr könnt auch per USB laden, braucht das hier im Prinzip gar nicht. Ja, soweit ein allererster Überblick über den Lieferumfang hier des Quansheng UV K5. Wir werden uns natürlich jetzt im Kommenden noch einiges anschauen. Ich werde euch die kompletten Funktionen des Gerätes zeigen, die Programmiersoftware zeigen. Wir werden auch mal versuchen, das Gerät so ein bisschen zu messen. Ich persönlich bin ja Quereinsteiger, nicht so der Elektronik-Profi. Ich werde trotzdem versuchen, das mal so irgendwie darzustellen, um euch zu zeigen, wie gut das dann ist im Vergleich auch zu anderen Geräten, Handfunkgeräten, die ich besitze oder ob hier auch bald ein Verbot droht. Ja, ich hoffe, dieses allererste Video hat euch gefallen. Falls ihr euch für Quansheng informieren wollt, falls ihr euch da noch weiter informieren wollt, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung verlinke ich euch erstens die Herstellerseite, zweitens auch, wo ihr das Quansheng kaufen könnt, wenn ihr jetzt direkt schon zuschlagen wollt. Wie gesagt, ist ja nicht allzu teuer. Außerdem gibt es da unten natürlich auch einen Link zum Funkwelle-T-Shirt-Shop, wo ihr dieses und andere coole Amateurfunk-T-Shirts kaufen könnt und mit dessen kauft ihr dann auch den Betrieb dieses Kanals ein klein wenig unterstützt. Ich würde mich freuen. Gerne könnt ihr mir eure Meinung auch hier unten in die Kommentare hauen. Wenn ihr schon mal da unten seid, auch gerne einen Daumen nach oben da lassen oder das Video weiterempfehlen in den sozialen Netzwerken, in eurem Freundeskreis. Das würde mich ebenfalls freuen. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, falls ihr das immer noch nicht gemacht haben solltet, denn so verpasst ihr keines der Videos mehr hier zum Beispiel über das neue Quansheng. Von mir zum Abschluss immer vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.